So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Medieval Delivery. Ich muss hier gleich Eier einsammeln, die liegen da vorne gleich auf der Bank. Und ich hab das jetzt schon viermal versucht oder so. Einmal hat es geklappt, dann geht das auf Zeit, das hab ich verbaselt. Und äh, jetzt ist die Problematik bei der Geschichte, dass wenn ich da gleich hingehe, dann bleib ich hängen und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. So, weil dann irgendwas passiert. Ich bin mir nicht sicher. Versuchen wir es nochmal. Ich schleiche mich mal von hier an. So. Jetzt hab ich Eier, aber nicht genug. Jetzt hab ich genug Eier und jetzt sind hier die Hühner. Oh, und die lassen mich nicht mehr raus. Komm schon, jetzt, jetzt, jetzt geht's. Jetzt muss ich weg. Uhuhuhuhu, die Hühner wollen meine Eier. Hui, so, jetzt geht's los. Jetzt hab ich auch genug Zeit. Vorhin bin ich ein bisschen exzessiv vor den Hühnern weggerannt. Wer das unbedingt sehen will, das werde ich auf, äh, auf Steady hochladen. Das kann man dann als Steady-Supporter gerne sehen. So, äh, wer das nicht kennt, ne, über Steady kann man mich gerne supporten. Hihihihi. Ne, Steady.de slash nebenher. Geon-Nerd, ne, ganz einfach. So, und jetzt, ne, wäre wunderbar, wenn ihr hier zum ersten Mal reinkommt und ein Abo da lässt. Das würde mir richtig das Herz erwärmen. Ne, guck mal, mir rutscht schon extra so ein Ei aus dem, aus dem Sack da. So, jetzt hier. Hoppsa. Hoho, guck mal, gar nicht richtig nass geworden. Krasser Doppelmoppelsprung vom kleinen Mann. So, oh, 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 das wird eng, das wird eng, das wird eng. Komm schon, komm schon, komm schon. Gut, dass ihr hier draußen steht. Zack, hier. Jawollo. So, puh, das war aber schnell, ne? Ja, hast du nicht kommen sehen. So, was kann man hier interagieren? Kann man hier was interagieren? Kann ich hier den Hund streicheln oder so? Ich möchte mit Ihnen interagieren, junge Dame. Oh, die ist schon ganz rot. Geht nicht. Lässt nicht mit sich. Was hast du da? Das nennt sich Rucksack und Arbeit. Was hast du da? Puh, selber. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so treiben können. Was sagt denn die Karte hier? So, hier bin ich, hier bin ich so. Taverne, Bibliothek. Was kann man denn hier unten noch? Hier ist der Metzger. Da ist generell der Markt so ein bisschen. Was ist da? Werkarbeiter. Truhen. Möbel. Ich will hier zum Möbel. Ich will jetzt mehr als nur... Äh... Ein Lappen auf dem Boden. Hast du verstanden? Ich bin für mehr als ein Lappen auf dem Boden geschaffen. Er geht einfach weg. Ist einfach weggegangen. Einfach abge... Das hat ihn gar nicht interessiert. Was ist denn das für eine Stadtwache? Mann, ey. Wäre das nicht mein Bruder? Würde ich sagen, das wäre ein Arsch. Aber der wurde immer schon so geboren. So, der war immer schon so. Das ist mein kleiner Bruder. Und als... Mama sagte immer, ich habe ihn halt in der Krippe immer an den Kopf getreten. Ich weiß nicht, warum sie uns aneinander gelegt hat und nicht nebeneinander. Egal. Und... Sprung über die Mauer! Jawoll! So, guten Tag. Hi. So, ich möchte gerne... Oh, was habe ich denn überhaupt an Geldressourcen? Ich habe 230 Gold. Oh, oh. Ja, den Lappen da oben. Den Modelllappen habe ich aber schon. Ein Höckerchen wäre auch nett, ne? Oder ein Stuhl. Damit ich in die Leere starren kann. Das wäre doch mal was. Ein Stühlchen. Oder ein Regal. Ich wollte schon immer ein Regal haben. Wo ich Sachen reinlegen kann, die ich gestohlen habe. Na gut. Was gibt es hier noch? Erstmal gucken hier. Hier ist noch ein Händler. Was macht der da? So, Truhen. Was mache ich denn mit einer Truhe? Eine Holzkiste mit... Ja, das ist ja schön. So, was... Einfach... Ist das dekorativ oder hat das auch einen Nutzen? Was ist das denn? Das ist ein Angebotsfass, ne? Da kannst du jetzt... Pff. So. Ich nehme jetzt diese Holzkiste mit. Ich möchte eine Holzkiste haben. Danke. So. Gibt es hier noch andere Sachen zum Kaufen? Was gibt es hier? Hallo? Was haben Sie im Angebot? Oh, ein Teppich. Oh, kann ich mir... Oh, kann ich mir auch nicht leisten. Ich kann mir deine Teppiche nicht leisten, Mann. Was hast du hier? Hallo? Du hast nix. Hat hier sonst noch jemand was? Ich glaube, ich bin hier am unteren Ende. Hier gibt es nichts mehr für mich, ne? Oh, es wird schon duster im Klabuster. Ich muss gleich nach Hause. Mama hat immer gesagt, wenn die Laternen angehen, muss ich nach Hause. Oh, da habe ich meinen Arsch voll bekommen. Weil man ja beim Spielen nicht darauf achtet, ob Laternen irgendwo angehen. Und dann waren die halt an. Und dann... Boah, Leute. Da ging aber... Da hatte der... Da hatte der Popper. Ich sagte, aber Kirmes, das sage ich euch. So, was haben wir hier? Oh, guck mal, so ein Blumendingsbums. Aber ich habe kein Geld. Ich bin arm. Kannst du mir das schenken? Ich bin Influencer. Ich mache darüber einen TikTok. Nein? Schade. Hm. Nix machen die Leute. Hier beim Fleischer, aber die hat nur wieder Arbeit für mich. So, ich will jetzt erst mal... Ich muss jetzt nach Hause. Ich muss ins Bett. Ich will mir jetzt meine Truhe ansehen. Also, weg. Es ist finstere Nacht. Hat jemand mal eine Taschenlampe oder sowas? Lass mich in Ruhe. Ah, der Hund, ey. Wem gehören die Tölen hier eigentlich? Die rennen hier die ganze Zeit rum? Moppels, ey. Da ist noch ein Moppel. Oh, du siehst lustig aus. Mit dem kann man interagieren. Du bist lustig. Oh, der hat Dealerchips. Guck mal. Da muss man nicht bis zum Markt laufen. Das ist ja lustig. Entschuldigung. Das ist mein wunderschönes Haus. Warum liegt mir so viel Müll? Das ist wie in der Realität, ey. So. Ich möchte... ...eine Truhe bauen. So. Und die baue ich mir hier als Nachtschränkchen jetzt hin. Damit ihr wisst, wo die ist. Das ist jetzt hier... Das ist mein Haus. Das ist meine Truhe. Das ist mein Bett. Und das ist die Tür, die nicht zugeht. Und alle gucken mich an, wenn ich schlafe. Das ist mein Leben. Ganz toll. So. Früh morgens. Aus. Arbeit suchen. Arbeit, Arbeit. Ich suche mir jetzt Arbeit. Oh, ich kann Markierungen setzen, wie ich will. Und die bleiben dann bestehen. Okay, krass. Oh, da hinten ist ein Jäger. Was haben wir hier unten noch? Holzfäller. Was ist da? Da ist nix. Da hinten scheint auch noch nix zu sein. Dann gehen wir erst mal gucken, wo noch was ist, würde ich sagen. Suchen wir uns Arbeit. In die Richtung, schalt es Arbeit zu geben. Weg da. Ui. Oh, hier ist richtig was los auf den Straßen, ne? Da sehe ich ein Fragezeichen. Beim Schmied. Beim olden Schmied. So, Magnus. Hi, Alistar. Ich brauche einen Gefallen von dir. Hör zu, ich möchte einem Mädchen ein Geschenk machen. Hast du irgendwelche Ideen? Äh, eine Truhe. Ich habe nur Ahnung von Truhen momentan. Äh, nun, ich denke, du solltest vielleicht... Was hältst du von einer Blume? Es ist eine schöne Aufmerksamkeit für eine Dame. Ja, warte. Könntest du die Blumen holen und ihr liefern? Klar. Ah, so. Gehe. Ups. Ich... Was? Wieso ist denn jetzt schon wieder duster? War doch gerade Morgen, oder nicht? Was ist hier los? Es ist Sonnenfinsternis. Okay. Äh, 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 ich gehe nochmal schlafen. Ich sehe nichts. Es ist so dunkel wie noch nie. Hallo? Taschenlampe oder sowas wäre super. So. Oh, ich sehe ja wirklich... Man sieht die Hand vor Augen nicht, ne? Kann man hier aber... Warte mal kurz. Äh, Option. Äh, Video-Gamma-Korrektur oder so. Gibt's das? Gibt es 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 das? Nö. Oh, es gibt aber Wiesing. Wiesing? Oh, geht nicht. Macht er nicht. Spielerlebnis. Oh, gleich macht's bumm. Gleich kriegt jemand ein Fenster zu. Draußen. Oh. Wird's jetzt heller? Es wird heller. Vertraue ich jetzt auf den Tag? Ich hoffe auf den Tag. Komm. Vorbeier! Es war eine Sonnenfinsternis oder sowas. Ich weiß nicht, was es war. Los, wir gehen jetzt hier erstmal Blümchen sammeln. Da. Hier sind Äpfel. Da. Blume gefunden. Jetzt bringen wir die... Wem bringen wir die? Griselda oder wem? Ich weiß es nicht. Da lang. Was mach' ich denn da? Boah, ich bin Naruto. Guck mal. Blume. Schau mal hier. Willst du mal meinen Blumenstängel riechen? Guck mal hier. Guck mal. Hallo. Blumenstängel. Guck mal. Bestäubt, 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 bestäubt. Ha, 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 bestäubt. Hab dich bestäubt. Seht euch mal den Stängel riechen. Guck mal hier. Der ist von Magnus. So. Hallo, Magnus schickt mich. Schickt dir diese schöne Blume und hofft, dass ihr euch bald treffen könnt. Oh, vielen Dank. Könntest du bitte sagen, dass ich morgen Nachmittag frei bin? Frei bin? Okay, jetzt muss ich wieder zurück zu Magnus. Oh. Kam ich nicht eben von da? Ach ja, ich hab die Blume zwischendurch noch geholt. Genau. Tja. Früher hatte man nicht Twitter oder X. Früher hatte man mich. Ha, ha. Hatte man Knirps. Ein Post mit Knirps. Oh, 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 jawollah. Ullalala. So, Magnus. Alten Wemser. Ich hab hier meinen Stängel gezeigt. Das fand sie super. Jetzt will sie mit ihr ausgehen. So. Ja, 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 ja. Los. Viel Glück. So. Boah, 750 Gold. Boah, da kam richtig was bei rum. Oh, Leute. Jetzt kann ich mir ein Bett leisten. Ich dachte, ich werde das nie erleben. Aber ich will jetzt erstmal da hinten. Da. Hallo. Wo ist diese Henne? Oh. Rutschiges Huhn. Wenn ich dich... Rutschiges Huhn. Wenn ich dich finde, mache ich eine Suppe aus dir. Hey, Rester. Mein Huhn ist entkommen. Hilf mir, es zu finden. Klar. Sie mag Samen wirklich gerne. Ich hatte gerade so eine Blume. Das hätte wunderbar gepasst. Glaub mir. Du solltest dir mal den Ernteplatz des Metzgers in ihrem Haus ansehen. Okay. Ich gehe mal da lang, ne? Ja, gut. Das klang komisch, was der gesagt hat. So. Ein wunderschöner Tag So, kriege ich hier frischen Samen Da ist das Huhn Ich hab das Huhn Ich hab das Huhn Ich hab das Huhn Lass mich durch Ich hab einen Huhn Hört ihr es? Ich hab den Huhn Ich hab den Huhn Da Da ist das Huhn, bitteschön Hier ist dein Huhn Da kommt noch ein Huhn, guck mal Oh, verdammt Okay, vielen Dank, siehste Zack, 80 Gold Kann ich mit ihm irgendwas machen noch? Ne, gut So, wo haben wir hier noch jemanden, dem wir helfen können? Irgendwo in die Richtung Sehe ich schon Fragezeichen? Ne, noch nicht, okay Hier irgendwo Da Hallo Äh, Beatrice Mein Vater hat ein wertvolles Objekt in der Stadt verloren Mit der Hilfe ist zu finden Ja, aber gerne doch Es war seit Generationen in meiner Familie Könntest du mir helfen? Klar Äh, da lang Eigentlich ist es World of Warcraft, oder? Es ist genau das gleiche Man geht irgendwo hin, sammelt irgendwas ein, bringt es zurück Es ist genau das gleiche Nur ohne die nervigen Ich brauche eine Pfote von einem Gnoll Töte zwei Millionen Gnolle, bis du eine Pfote gefunden hast Es ist eigentlich, äh Äh, so wie, äh Dragon Ball Z Kai Das ist das World of Warcraft Kai Ohne Filler So So, was suche ich hier für ein wertvolles Objekt? Da hinten liegt was Ist das hier ein wertvolles Objekt? Scheint so Oh, guck mal hier Oh Ich glaube, das wertvolle Objekt behalte ich Das nehme ich als cooles Kopfkissen Oh, aua, ich habe mir wehgetan Aua Ah, das sekt am kleinen Zeh Was machst du da? Gold Hi Was machst du hier mit dem ganzen Geld, hä? Ich komme später nochmal zu dir, glaube ich In der Nacht Wenn keiner guckt Und du nicht damit rechnest Und ich bewaffnet bin Dann mache ich dich alle So, guten Tag So, ja, hier, äh Da ist der Edelstein, nach dem ich gesucht habe Vielen Dank, Alistair Hier ein paar Münzen von Belohnung Dankeschön So, sehr gut Können wir noch jemandem helfen? Achso, ja, auf meinem Map sehe ich keine Fragezeichen, ne? Obwohl doch, da waren welche Habe ich gesehen Doch, 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 doch Da lang Ui Schakawui Sind hier welche? Nein, gut, weiter geht's Jetzt kommt der flitzende Flitzer Da will ich lang Ui 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 Zack Da lang Hey Alistair Ich brauche dich, ähm Diesen Sack von Zum Alchemisten zu bringen Beeil dich, sonst Zahle ich dir nicht Ja, okay Äh, wo muss ich hin? Oh, ist das halt Oh Oh Epische Musik Weg da, weg da Ich hab'n Riesensack Weg da, weg da Den, 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 den Den Den, den Lass mich alle in Ruhe Geht nur aus dem Weg Oh, was ist hier passiert? Die Brücke wurde zerstört Wenn die Brücke kaputt ist, bist du echt eine nutzlose Wache, Bruder Ich wurde von der Mücke gestochen, aber ich kann mich nicht wehren, weil ich hier schnell Quer durch den Wald, quer durch den Wald Komm schon, komm schon, komm schon Los Lauf, kleiner Mann Lauf Mach den Dackelspurt mit deinen kleinen Füßchen Wow, was ist denn da los, Alter? Da wollen wir hin? Geil, was ist denn hier für eine Bude? Hier ist nett, hier bleibe ich Hier, ey, Bro, ich hab dein Zeugs, guck mal Hier sind die Samen Ich bin so schnell wie möglich gekommen Alles da, vielen Dank, Junge Ich brauche sie für einige Tränke Nice, sehr cool Geile Hütte, Alter Bro, hier, du hast ein gutes Leben Ich bleib hier, okay? Kann ich hier bei dir bleiben? Hm? Ich habe eine Mission für dich, aber ich brauche Äh, dass du sie nachts erledigst Komm später wieder Alles klar, alles klar Ah, ich guck mal in der Zeit deine geilen Pilze Alli, das hier bei Nacht stelle ich mir auch ganz cool vor Bleib noch einen Moment hier, dann ist sowieso gleich Nacht Kann ich hier rein? Ne Nette Gegend hier Guck mal hier mit Alles leuchtet und so Krasser Typ, ehrlich Guck mal hier Alles schön hier, oder? Mal den Weg so ein bisschen entlang gehen Mal ein bisschen hier erforschen gehen Hier wird es ja immer krasser Hier fliegt Zeugs ja und so Hier brummt das ein bisschen Wo bin ich? Oh Hier steht der dicke Udo Hallo Das ist ja cool hier Ist da noch was hinter? Was ist denn dahinter? Was leuchtet denn dahinter noch so grün? Oh, hier leuchtet eine unsichtbare Wand Okay Ja, gut Krass Was ist das hier? Wo bin ich? Da Mystischer Hain Ja, da kannst du mal einen drauf lassen Dass das hier mystischer Hain ist Ich würde hier gerne mal an den Pilzen lecken Krasse Scheiße Das war ein mystischer Hain Jo So Hat meine Nummer gewesen Kann ich da weiter hochklettern Dass ich mir einen anderen Überblick schenken kann hier? Irgendwo hier entlang? So Ja, guck mal Kann ich von oben nochmal gucken Ah, unsichtbare Wand wieder So richtig geplant, dass man hier gucken darf Ist nicht, nein Doch, hier Uiuiui Uhuhu Uhuhu So, okay Äh, wups Ja, wird gleich Nacht Die Schatten werden lang Dann können wir vielleicht direkt hier für Udo, den Magier Ja, noch nicht Okay Gehen wir erstmal wieder zurück Oh, ist er ungefallen Naja, egal Wie es weitergeht Sehen wir dann beim nächsten Mal Ich sage danke fürs Zusehen Tschüss Bis bald Tschüss Tschüss Tschüss